Hier ist es auf jeden Fall nicht. Hm. Wie viele Regelnboost haben wir denn bekommen? Scheiße. Ja gut, das sind alle die Sachen, die Magic fallen gelassen hat. Ähm. Das sollten wir mitnehmen. Scheiße. Ach, wo ging es nochmal runter? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Hier am Bett war es doch, oder? War es nicht irgendwas am Bett? Ja, Lynx ist nicht gut drauf. Ich meine, er hat gerade zwei seiner besten Kollegen verloren. So klingt er auch. Scheiße. Kann ich hier irgendwas, ich... Oh, ich weiß es gerade wegen mir. Das ist jetzt aber peinlich. Das ist jetzt aber super peinlich. Okay. Vielleicht hier nochmal mit der Fährbedienung. Nice. Stand for. Oder hier irgendwo. Hm. Hier muss ja irgendwo irgendwie schnell entkommen sein. Ah, Nase zu sitzen. Nee. Aber wo war das nochmal? Wo war es nochmal? Ansonsten, ansonsten gehen wir gerne zurück und gehen den anderen Weg. 10-4. 10-4. Vielleicht irgendwas. Dort, oben. Nein. Verdammt. Ich weiß nicht, ob es diese Fenster sollen. Hier. Ich meine, die zeigen ja quasi... Hm. 10-4. Zeigen ja quasi gegen die Wand. Das bringt es ja gar nicht. Nee. Na gut. Ja, komm schon. Wäre noch Bock auf ein paar Drogen. Ich habe hier überhaupt hingetan jetzt. Ah, hier. Ja, Raiden kann auch eins nehmen. Ready. Thumbs up. Okay. Scheiße. Ah. Okay. Wie mich das ärgert. 10-4. Ja. Superlative. Ich bringe auch nicht mehr so auf die Droge an. Na komm, dann komm. Kommt die beiden noch ins Einser-Team. Und... Ich würde sagen, Miguel kriegt die Ehre. 10-4. Du hast es. Du hast es. Ich bin hier. Ich bin auf der Ort. Okay. Ich bin hier. Ja, Fresse halten. Die Moral ist sowieso im Keller. Ah. Ready. 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 Top Drawer. Hey, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh. War toll. Ich kaufe den Lutscher von. Ah. Ärgerlich, ärgerlich. Ich muss hier noch diesen L langen Weg geben, bis wir überhaupt da sind. Und dann geht's los. Diesmal richtig der Endspurt. Mit etwas gedrückter Stimmung. Tippsel, tippsel. Tippsel. Zählen noch. Energiebooster. Können sich gleich alle von einem reinpfeifen, würde ich fast sagen. Oh, he's got it. Oh, he's got it. Zum Gumpi. Warum steht der denn hier? Das Malusche. Zählen noch. Zählen noch. Zählen noch. All right. Das ist ein Niefjör. Jetzt will ich nur alle einzeln drunter? Hm. Dann geht mal los. Ah, sehr gut. Dann geht's los. Ach. Kleiner Luftbruch. Standing by. Scheint eine Bunkeranlage zu sein. Genau das passende Feige-Versteck für die Diktatorin. So. Wer geht denn vor? Boah. Weiter geht's. Ich werde nochmal kurz hochklettern. Hier geht's dann endgültig in die in das Bunkerbefestigungsareal, in das kleine Areal, was die Königin geschaffen hat. So. Wer ist noch da von denen? Schenk ist noch da. Ist ja noch nutzloser als Gampi, ja, ich ja lieber den nicht. So. Los geht's. Wir stellen uns schon mal ein bisschen auf. Dann betätigen wir mal diesen Schalter. Bestimmt gehen dann wieder mal die Türen auf. Ja, ungefähr so. Nur diesmal sind sie vorbereitet. Nur fangen nichts mit diesem Vorteil an. Hi. Ja, komm, lass, lass mich da, lass mich da hingehen. Lass mich hingehen. So. Ach, Fick dich. Yes. Standing by. Ready. Okay. Okay, dann kann ich anfangen. Mad Dog. Großartig. Ja, aber das, aber das kann ja, wie ich jetzt. Nein, macht es. Hello, sir. Check that out. See. Understood. Okay.